Mein Thema heißt heute die Ordnung der Dinge oder wie man eine Lernumwelt baut. In der letzten Vorlesung unserer Miniserie haben Sie einige Tipps kennengelernt, wie man Wörter sinnvoll zuordnen und damit besser lernen kann. Die meisten Ordnungsprinzipien des Lexikons im Kopf sind in unserer Umwelt bereits gut sichtbar vorhanden. Zeigen Sie Ihren Lernern, wie man im Alltag aus einer Umgebung eine Lernumgebung macht, die uns hilft, Systemen des Lernens zu bringen. Beginnen wir mit dem Tisch, an dem Sie sitzen oder stehen. Legen Sie Dinge aus Ihrer Umgebung auf den Tisch. Einen Kuli, einen Stift, ein Heft, Papiere, ein Handy, ein Schlüsselbund, Taschentücher, einen Kalender, ein Lehrbuch, eine Brille und so weiter. Bitten Sie die Lernenden nun, die Dinge in eine sinnvolle Ordnung zu bringen. Vielleicht ordnen Sie die Dinge in zwei Feldern. Gegenstände, die man ständig dabei hat, ohne die man nicht aus dem Haus gehen soll und Gegenstände, die man zum Lernen braucht. Alles, was aus Papier ist und andere Dinge oder ein anderes System. Was auf dem Tisch funktioniert, funktioniert auch im Kopf. Wörter mit Inhalt kann man sich gut merken. Schauen Sie sich jetzt im Raum um. Sie sehen Tische, Stühle, einen Sessel, einen Schrank. Schreiben Sie die Wörter auf einer Reihe und darüber das Wort die Möbel. Auf diese Weise können Sie viele Alltagswörter sortieren mit einem Oberbegriff. Möbel, Obst, Getränke, Kleidung, Sportgeräte. Unser Gedächtnis ist besonders gut darin, sich Bilder zu merken. Auch Töne übrigens. Stellen Sie sich vor, Sie zappen durch ein Fernsehprogramm. Sie brauchen immer nur wenige Millisekunden, um zu erkennen, Diese Person ist mir bekannt oder diesen Film habe ich irgendwann mal gesehen oder diese Stadt kenne ich. Sie haben Tausende von Bildern im Kopf und können sie ganz schnell wiedererkennen. Mit Melodien geht es uns übrigens genauso. Die Fähigkeit des Gehirns, sich Bilder zu merken, kann gut für das Lernen von Wörtern benutzt werden. Beginnen Sie wieder in dem Raum, in dem Sie sind. Schreiben Sie die Wörter, zum Beispiel der Tisch oder die Kaffeemaschine oder der Kuli oder das Mikrofon auf kleine Zettel. Kleben Sie die Zettel an die Gegenstände. Lassen Sie sie aufhängen. Machen Sie einen kleinen Spaziergang im Kurs oder in dem Raum, in dem Sie gerade arbeiten. Sammeln Sie die Zettel später wieder ein und lassen Sie sie wieder aufhängen. Jedes dahin, wo es vorher war. Auf diesem Weg merken wir uns die Orte und die Gegenstände zusammen mit den Wörtern. Wir haben ein Bild im Kopf. Wir machen uns ein Bild von den Wörtern. Auf die gleiche Weise können Sie übrigens auch mit Stadtplänen lernen. Hängen Sie den Plan auf. Lassen Sie mit Zetteln die Orte markieren, die die Lernenden kennen oder die für Sie wichtig sind oder wichtig werden können. Straßennamen zum Beispiel, das Bürgerbüro, die Arbeitsagentur, das Ärztehaus, der Busbahnhof und so weiter. Auch logische und zeitliche Zusammenhänge sind gute Ordnungsprinzipien, die uns helfen, Wörter zu sortieren und wiederzufinden. In unserem Alltag gibt es viele Beispiele dazu. Nehmen Sie mal den Tagesablauf. Aufstehen, Zähne putzen, duschen, Kaffee kochen, frühstücken oder mittags. Ein Tablett nehmen, einen Teller und ein Glas auf das Tablett stellen, Essen abholen, einen Tisch suchen. Viele Dinge tun wir oft und immer in der gleichen Reihenfolge. Auch beim Lernen. Zum Beispiel bei der Arbeit mit Texten. Auch da gibt es solche Routinen. Ein Buch aufschlagen, einen Text lesen, Sätze unterstreichen, Wörter herausschreiben. Das alles sind logische Handlungsketten, in denen Wörter verbunden sind. Solche Ketten helfen beim Erinnern von Wörtern. Wenn die Lerner dann etwas weiter sind in ihrem Kurs, können Sie dann solche Handlungsketten mit den Wörtern zuerst, dann und danach in eine Minigeschichte einbauen. Interessant sind solche Minigeschichten, wenn es darin ein Ereignis gibt, das nicht hineinpasst. Zum Beispiel so. Also zuerst stehe ich auf, putze mir die Zähne, dann koche ich mir einen Kaffee, plötzlich klingelt mein Handy. Kreatives Schreiben in der Fremdsprache kann mit solchen einfachen Formen beginnen. Mit Minigeschichten, in die ein merkwürdiges oder lustiges Ereignis eingebaut ist. Das kann viel Spaß machen und man erinnert sich natürlich sehr gut an diese kleine Geschichte mit diesem kleinen komischen Ereignis. Das hilft beim Wortschatzlernen. Auch dann, wenn Ihre Lerner noch auf dem Niveau A1 sind, das kann man schon fast von Anfang an machen. Probieren Sie das mal aus. Übrigens, ein wichtiges Hilfsmittel zum Lernen in Ihrer Umgebung ist auch Ihr Handy. Denken Sie mal darüber nach, wie Sie das zum Wortschatzlernen benutzen können. Ein paar Tipps dazu gebe ich Ihnen beim nächsten Mal.